Musik Musik Schick Musik 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 Peace everyone and welcome back to another video. We are here in Mandello del Arrio and today it looks like there will be a very strong north wind kicking in. And the thing is that when we call it hairdryer storm, I told you already in another video because it's very dry and very very strong. As you can see, beautiful weather, classic sign for a good hairdryer storm. And yeah, the thing is we traveled very very far for this forecast. I came all the way from Croatia up here to Lake Como because I don't want it to miss this day. And out of that reason, I really want to go out myself and really enjoy that day to the max. I decided to make a POV session. That means I simply take you guys along during the session with my GoPro and I hope you guys will enjoy the view as much as I do. Fingers crossed. Let's hope it comes like it is forecasted. I'll show you the spot quick. This over here is basically the launching area and I'm not sure if you can see it because of the GoPro and the wide angle. It is full of whitecaps. It is already super duper windy. Yes, my heart is going like this. Days like this are counted. I came here very very often in vain for nothing. And if this works in Mandello Delario, it's on, honestly. Let's do this. My setup of choice for today, 9 square meter XR7, 139 Fusion, Sensor Pro Bar on 22 meter lines and of course, my most favorite harness ProLimit Alpha. Oh, that's good. Okay. Thank you. Woohoo! Woohoo! Es ist nicht super stark, es ist sehr gusty und sehr unkonsistent. Es fühlt sich super schrecklich an den Kite zu verabschieden. Ich hoffe, es wird noch mehr holen. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Das neu ist, sehr technisch! Ausatmen haben wir sehr gut Steve. aremos auf. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So until now I was out for about one hour something like this and I have to say the wind is very light and very gusty so it's really not what I was hoping for but I decided to keep going maybe it will pick up a little more but as I'm just riding left right at the moment I get cold now I will switch my wetsuit and then I will go out again So then I'm ready for session number two So Rtake two Musik Vielen Dank. Vielen Dank. Und es fühlt sich gut zu sein, dass wir wieder auf dem Land wieder zurückkehren. Die Idee von der Session Report ist, dass wir ehrlich sind. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es war viel Arbeit. Die Wind war super duper gusty, obwohl es sehr stark war. Es war sehr holly und ich fühlte mich sehr unbezüglichen auf der Wasser. Ich habe keine Rotation-Based Kite Loops oder was auch immer. Ich hatte ein paar gut Kite Loops zu der Seite, ich glaube 5 oder 6 Loops, wo ich gut gut gucke. Die letzte war ein bisschen in den Arten. Ich habe ein bisschen aus dem Exus. Und ich bin sehr tired. Ich habe mir ein bisschen Spaß gemacht, aber es war viel Arbeit. Das war ein klassisch Nordwind Day in Lake Como. Das kann sehr gut sein, aber heute war es ein klassisch Haar-Dryer Storm in Lake Como. Guys, bitte, leave mir ein Kommentar. Wie ihr möchtet diese Session Report? Ist es boring oder ist es entertaining? Will ihr wiedersehen? Ich hoffe wiedersehen. Ich hoffe, ichenne bald, 12 am. Again, auf meinem YouTube-Channel. As always, schreibt, 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 schreibt. Schreibt, schreibt.